Nahrungsergänzungsmittel, ja oder nein, im Leistungssport oder auch als Patientin. Ich bin Elisabeth Brandau, ich bin Heilpraktikerin, bin aber auch Leistungssportlerin. Ich habe eine eigene Praxis und ich arbeite intensiv mit Sportlern im Training, im Coaching, auch im Gesundheitsbereich, in der Persönlichkeitsentwicklung. In den letzten Jahren kommen immer mehr Nahrungsergänzungsmittelhersteller. Der Markt wird überschwemmt. Auch die Ernährungsmöglichkeiten, die Ernährungstipps und Tricks, die sind so viele, dass wir manchmal gar nicht mehr wissen, was wir überhaupt tun sollen. Was wenden wir überhaupt individuell an? Was bringt uns wirklich voran? Auch in unserem Sport, in unserem Alltag, aber auch in der Gesundheit. Deshalb ein Tipp von mir. Du bist individuell. Nicht nur das eine und nicht nur das andere kann bei dir funktionieren. Wir müssen unseren Körper flexibel und mobil halten, also unseren Stoffwechsel mobil, sage ich immer. Und was ich mit meinen Sportlern gerne mache. Egal, ob es das Immunsystem ist oder sogar wenn er sein Training nicht adaptieren kann. Ich hatte auch schon Sportler, zum Beispiel, der zu mir kam, weil er einfach trainiert und trainiert hat und einfach seine Spitzen hat nicht aufbauen können. Ein Straßenfahrer braucht nicht nur einen guten Fettstoffwechsel, der braucht auch Spritzigkeit und muss oben raus mal richtig Power geben. Dazu braucht er einen guten Kohlenhydratstoffwechsel. Also haben wir außerhalb von ganz normaler Leistungsdiagnostik auch eine Darmanalyse gemacht, haben seine Bakterien analysiert. Wir haben noch nicht viel mehr Bakterien wie Zellen in unserem Körper und haben geschaut, wo hängt da bis hin das System. Und wir haben rausgefunden, dass er wenig Bakterien hat, die Kohlenhydrate verdauen. Wenig Bakterien nehmen quasi auch seinen Zucker auf und verdauen ihn so, dass er auch im Körper ankommt. Und somit kann er keine Spitzenleistung quasi generieren. Und so kann auch das Training, das vielleicht richtig ausgelegt war, nicht ankommen. Deshalb haben wir dann dort mit Nahrungsergänzungsmitteln gearbeitet, um den Darm auf die richtige Ebene zu bekommen. Gleichzeitig konnte das Training besser adaptieren und hat sich auch fitter gefühlt. Gleichzeitig ist es auch ein bisschen regional und blutgruppenabhängig, auch wo du aufgewachsen bist. Die Südländer haben ein anderes Darmniveau als die Eskimo-Taner zum Beispiel. Also es hängt viel, viel zusammen, auch wo du herkommst und wie du als Kind oder von deiner Mutter gelegt worden bist. Wenn du deinen Darm analysierst, hast du nicht nur die Darmschleimhaut sichtbar, sondern auch deine ganze Schleimhaut im Körper, die Hautbarriere quasi zwischen dir und außen. Und ich sage auch, gesunde Ernährung, Gemüse, biologisch, demeterartig, so wenig wie möglich Zusatzstoffe, ist schon mal die erste Basis. Gemüse hat Licht, Gemüse hat Bio-Photonen. Nahrungsergänzungsmittel können den Körper unterstützen, aber auch nur, wenn dein Darm und dein System funktioniert. Deshalb jetzt, wenn der Winter kommt, das Immunsystem kippt, wir viele Kilometer auch im Radsport oder im Sport draußen machen. Denkt an eure Gesundheit, denkt an euer Darmsystem, denn die Schleimhaut kann manchmal nicht von Training zu Training sich auch wieder regenerieren. Und hier kann man zum Beispiel online mit Therapeuten super arbeiten. Auch ich verschicke die Damenstuhlanalysen über die Labore. Wir können dann online dies quasi begutachten, können sehen, wo es hingeht und können es auch optimal mit dem Training abstimmen. So mache ich es mit meinen Sportlern und dann erfahren sie nicht nur besseres Training quasi aufgrund von einfach Intervalltraining, sondern auch basisorientiert gesundheitlich. Und man bleibt nicht nur länger fit, man hat einfach auch mehr Freude dran und kann auch so die Leistung noch effektiver ausbauen. Also bleibt dran, schaut ein bisschen über euren eigenen Tellerrand, denkt an euren Körper und denkt vor allem auch dran, die Verdauung fängt im Mund an, lang und langsam kauen. Ist auch nicht mal ein Steckenpferd, aber wenn wir viel Stress haben, ist es vielleicht, sollte man sich doch da irgendwie mal wieder dran erinnern. Und abschließend ist somit die Aussage, ja, Nahrungsergänzungsmittel sind wichtig. Ich sehe es täglich in der Praxis, aber sie sind auch nicht alles. Deshalb, also achte drauf, schau wirklich auf eine gesunde Ernährung und wenn du nicht weißt, was eine gesunde Ernährung ist und du nicht weißt, was für eine individuelle Ernährung du brauchst, dann melde dich bei mir. Wir können Darm- und Schulanalysen machen, wir können DNA-Analysen machen, wir können sehen, wo hast du Unverträglichkeiten und dementsprechend kannst du deine Ernährung anpassen und nur das im Ganzen bringt dich auch wirklich in der Ernährung weiter. Denn dann weißt du, was du individuell für deinen Körper machen kannst.